Freunde, ich glaube kein Technikgerät hat mich bisher so gespalten wie die TicWatch Pro 3 Ultra. Und das beginnt schon mit dem Unboxing. Die Aufmachung erinnert stark an Apples Verpackungskünste, was mich zunächst sehr positiv gestimmt hat. Dann jedoch kommt die Uhr zum Vorschein und ich muss sagen, Holla die Waldfee, das ist ein ganz schöner Klopper und das muss man auch mögen. Ich würde die Uhr in die Kategorie Dezente Adventure Smartwatch einordnen, wenn es eine solche Kategorie überhaupt gibt. Die TicWatch verfügt über ein 1,4 Zoll großes Amoled Display aus Corning Gorilla Glass und eine Edelstahlionette, die sich allerdings nicht drehen lässt. Auch die beiden prägnant an der Seite hervorstehenden Bedienknöpfe sehen so aus, als könnte man sie drehen. Kann man auch, es tut sich nur leider nichts. Insgesamt ist die Smartwatch definitiv im größeren Segment einzuordnen, was zu meinem schmalen Handgelenk nicht so recht passen will, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich hätte es nur sehr gerne gesehen, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, vielleicht eine weitere Version für eine eher weiblichere Zielgruppe zu entwerfen, in einem Beige- oder Goldton zum Beispiel. Auch gibt es kein kleineres Wechselarmband, wie man es von anderen Herstellern kennt. Allerdings handelt es sich um ein 20mm Armband mit Standardadapter, sodass ich zum Beispiel die umfangreiche Sammlung an Armbändern von meinen Galaxy Watches verwenden kann. Optisch gesehen ist die TicWatch Pro 3 Ultra also nicht ganz so mein Favorit, aber ich war überrascht, wie leicht die große Smartwatch dann doch mit gerade mal 41 Gramm ist. Und das macht sie sehr angenehm zu tragen. Eine der Besonderheiten der TicWatch ist die Dual-Layer-Display-Technologie 2.0. Wir haben also zwei Displays aufeinander liegen. Das erste Display fungiert quasi wie ein reduziertes Always-On-Display, das man leider auch nicht ausschalten kann. Aber so kann man wenigstens immer die Zeit ablesen. Ist also ein nettes Feature, ist quasi einfach ein Sperrbildschirm, den man dann per Tippen oder Handgelenkdrehen deaktiviert. Der zweite Layer ist dann das Smartwatch-Display, wo man auch ein Always-On-Display aktivieren kann. Dann hat man quasi die Smartwatch-Funktion wie bei allen anderen Smartwatches auch immer an. Wo wir aber gerade bei Gesten sind. Ich war total positiv überrascht, dass es tatsächlich eine Gestensteuerung gibt. Wenn man das Handgelenk in die eine oder andere Richtung dreht, kann man damit scrollen. Also auch auf dem Startbildschirm, um zum Beispiel zu den Einstellungen oder den Benachrichtigungen zu kommen. Das finde ich eine total innovative Idee. Wenn man zum Beispiel Handschuhe anhat oder die Finger wahlweise nass oder dreckig, kann man trotzdem seine Benachrichtigung lesen. Wenn man das Handgelenk schüttelt, kommt man dann wieder zum Startbildschirm zurück. Dieser ist an sich auch sehr schön groß und gut abzulesen. Allerdings ist die Auswahl an schönen Ziffernblättern, die man in der WearOS-App hat, eher überschaubar und die Komplikationen können auch nicht beliebig eingestellt werden. Neben der WearOS-App benötigt man noch die Mobvoi-App, also die des Herstellers, um dann auf die ganzen Gesundheitsdaten, die die Smartwatch zusammen zugreifen zu können. Das ist genauso wie bei Samsung mit der WearOS und Health-App oder bei Apple mit der Watch- und Fitness-App. Heute benötigt man also irgendwie immer mindestens zwei Apps, um seine Smartwatches ans Laufen zu bekommen. Ich finde das ehrlich gesagt eine sehr merkwürdige Entwicklung. Die Mobvoi-App ist jedoch sehr schön aufgebaut. Auf einen Blick hat man die wichtigsten Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel die Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Stresslevel, die die TicWatch messen kann. Wenn man von alleine auf die Idee kommt, das Tracking der Gesundheitsdaten einzeln einzuschalten. Ich finde, das hätte man besser regeln können und zu Beginn direkt einmal fragen können, ob man nicht alles auf einmal einschalten möchte. Ich habe das Schlaf-Tracking, was die TicWatch ebenfalls bietet, mit meinem Aura Ring verglichen, die ja nach eigener Aussage marktführend sind in diesem Bereich. Die TicWatch misst zwar sehr akkurat, wie lange ich geschlafen habe, die einzelnen Schlafphasen jedoch werden im Vergleich zum Aura Ring nicht korrekt gemessen. Was aber super gut funktioniert, ist die automatische Workout-Erkennung, zumindest wenn man spazieren oder laufen geht. Und zwar nicht erst nach 10 Minuten, wie bei der Apple- oder Galaxy Watch, sondern direkt nach wenigen Minuten, indem man sich draußen bewegt hat. Dank des integrierten GPS funktioniert das Tracking draußen auch ganz hervorragend. Fahrrad fahren trackt die Smartwatch leider bei mir nicht automatisch. Ansonsten gibt es unzählige Sportmodi, die man tracken kann, wenn man das möchte. Da wird wahrscheinlich jeder fündig werden. Wenn man unterwegs ist, ist die TicWatch einfach auch ein wundervoller Begleiter. Dank WearOS haben wir alle nützlichen Apps wie Google Maps, Spotify, Google Pay und den Google Assistant mit an Bord. Den Assistant erreicht man übrigens ganz schnell und leicht, indem man nach rechts wischt. Man sieht dann eine schöne Übersicht über den Tag und hat immer ein sehr nettes Zitat mit dabei. Oder man hält den oberen rechten Knopf gedrückt. Über den Play Store können wir alle weiteren Apps, die wir so haben möchten, direkt auf unsere Smartwatch laden. Auch telefonieren und auf Nachrichten antworten funktioniert hervorragend, ganz ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Der 577 mAh starke Akku hält bei mir dreieinhalb Tage, was natürlich im Vergleich zur Galaxy und Apple Watch eine wahre Wohltat ist. Über das mitgelieferte Ladekabel dauert das Aufladen allerdings ganze zwei Stunden. Von der Bedienung her ist die TicWatch genauso aufgebaut wie alle Smartwatches mit WearOS, sodass man sich ganz gut zurechtfindet. Was mich gestört hat, ist, dass der Ruhemodus auf dem Smartphone nicht mit der TicWatch synchronisiert wird. Also entweder ich vergesse die Smartwatch in den Ruhemodus zu setzen und werde nachts durch eine Benachrichtigung geweckt. Oder ich vergesse es am anderen Morgen wieder auszuschalten und erhalte dann gar keine Benachrichtigung mehr. Es ist ein Teufelskreis, den ich auch schon bei der Pixel Watch sehr bemängelt habe. Der Vibrationsmotor könnte zudem etwas dumpfer sein. Dafür ist die TicWatch Pro 3 Ultra jedoch nach IP68 zertifiziert und somit wasserdicht. Bei einer UVP von 299 Euro beim Marktstart hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt dazu geraten, die TicWatch zu kaufen. Allerdings bietet auch der Hersteller die Uhr bereits auf seiner Webseite für 219 Euro an. Und hier wird das Ganze dann wirklich interessant. Denn wer auf dieses sehr sportliche, sehr große Design steht, der bekommt mit der TicWatch Pro 3 Ultra eine sehr gute und zuverlässige Smartwatch, die sowohl beim Sport als auch unterwegs ein sehr guter Begleiter ist. Sie ist vollgepackt mit Features wie der Gestenerkennung, automatischem Workout-Tracking und den nützlichen Google-Apps und ist dank des geringen Gewichts sehr angenehm zu tragen. Und das, finde ich, ist mit das wichtigste Argument für oder eben gegen eine Smartwatch. Ich verlinke euch die TicWatch Pro 3 Ultra unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht zur TicWatch Pro 3 Ultra hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und du zieht doch gerne in Erwähnung, diesen Kanal zu abonnieren. Das kostet euch nichts und mir hilft es dabei, mit diesem Kanal zu wachsen. In diesem Sinne, Freunde, wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.